Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im Allerheiligsten Sakrament des Altaches. Von nun an bis in Ewigkeit. So beten wir heute den vierten Tag der Novene. Geheiligt werde dein Name. Ihr werdet wenig Gnaden erhalten, wenn ihr euch abquält, sie selbst hervorzubringen. Dagegen werdet ihr viele erhalten, wenn euer Gebet ein vollständiges Sich-mir-Anvertrauen ist. Im Schmerz betet ihr, dass ich eingreife, aber so wie ihr es euch vorstellt. In Wirklichkeit wendet ihr euch nicht an mich, sondern wollt, dass ich mich euren Vorstellungen anpasse. Dabei verhaltet ihr euch wie Kranke, die den Arzt nicht um eine Behandlung bitten, sondern ihm die Art und Weise der Behandlung selbst vorschlagen. Macht es doch nicht so, sondern betet, wie ich es euch im Vaterunser gelehrt habe. Geheiligt werde dein Name. Das heißt, sei du in dieser meiner Not verherrlicht. Dein Reich komme. Das heißt, alles trage dazu bei, dein Reich in uns und in der Welt aufzubauen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, verfüge du in dieser Angelegenheit, wie es dir für unser zeitliches und ewiges Leben besser erscheint. Wenn ihr mir wirklich sagt, dein Wille geschehe, was gleichbedeutend ist mit den Worten, sorge du, greife ich mit meiner ganzen Allmacht ein und löse auch die aussichtslosesten Situationen. Aber liebe Freunde, dein Wille geschehe, das ist ja genau das, was wir nicht beten können. Aber wenn es gleichbedeutend ist mit sorge du, dann merke ich, so müssen wir vielleicht doch noch etwas lernen dabei. Dein Wille geschehe, was gleichbedeutend ist mit den Worten, sorge du, das ist ja genau das so. Ach ja, ich nehme es jetzt ja an. Ich trage es jetzt. Ich nehme es jetzt an. Und das ist ja diese Herausforderung für uns eigentlich. Und da merkt ihr, wir müssen alles so aus dieser liebenden Hand Gottes annehmen. Alles aus der liebenden Hand Gottes als ein Geschenk von Gott annehmen. Und was sagte der göttliche Vater dann zu Madre Eugenia Ravasio? Meine einzige Motivation für all mein Handeln ist die Liebe. Sorge du oder dein Wille geschehe. Jesus sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich, sorge du. 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 Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und ich werde sorgen, ihre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.